Hallo und herzlich willkommen! Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute zeigen wir euch die neuen Pferde. Genau, heute sind neue Pferdchen rausgekommen. Einmal Segner, Generation 3. Ich werde mir wahrscheinlich den holen, wenn ich mir einen hole, weil den anderen mag ich nicht, den Proteus. Proteus, ja. Das feurig-goldene Pferd ist unter dem Namenssegner bekannt. Das Legende nach können diese leicht ablenkbare Wesen, Seeleute zu versuchen und Schätzen führen. Okay. Ich glaube, das reicht schon. Ich komme mir erstmal die Gangarten einfach an. Ziemlich schnell sind die Pferde. Das sind die Appaloosa? Ja. Ziemlich schnell aber. Das ist der andere. Die aber sogar eine besondere Gangart. Aber noch nicht gucken, bitte. Nein. Ein weiter geht noch. Ein weiter noch. Aber mehr nicht, bitte. Dann siehst du die Spezialgangart. Ah, okay. Ich glaube... So, einen werden wir uns wahrscheinlich kaufen. Ich werde mir Sätener kaufen. Kannst du noch ein Proteus? Proteus? Oder Proteus? Ich verstehe. Nämlich. Ich kaufe den Proteus. Proteus bei mir. So. S. 900 Star-Korns. S. Sie sieht aus wie eine Stute. S. Wir gucken mal nach den Namen. Sieht aus wie ein Goldfisch, oder? Meins. Ja, wir sagen, wir sagen, wir sagen, wir sagen, ähm, Feuerfisch oder sowas. Gibt's Fisch? Nee, ich glaub nicht. Ich hab meins. Ich hab meins, ähm... S. 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 Ja,. S. Seefisch? Ein Seefisch! Wie sehen die nochmal die Seefische aus? Gibt es sowas überhaupt? Ich glaube wir melden uns einfach gleich im Video, wenn wir einen Namen gefunden haben. So, das wird mein Feuerfisch! Oh mein Goldfisch, ja! Hier, lass die Animation hier! Der Treitend! Er hat ja grüne Augen! Meine Augen gelbe, also rote. Und da sind sie. Wir, ich würde sagen, wir gehen mal zu Fort Pinta an den Strand. Oh, hat die noch ein Outfit? Aber irgendwie finde ich, dass sie gar kein Outfit brauchen, oder? Doch. So ein bisschen, aber nicht viel. Standard schwarz oder rot. Ich würde da auch nicht mehr machen. Schwarz, rot, weiß. Würde ich machen. Einfach Standard fahren. Bisschen witzig ist ja schon, oder? Warum? Nee, noch nicht angucken. Wir müssen erst nach Fort Pinta zum Strand. Sind doch am Strand. Ja. Ja, aber weiter. Wo wir auch schwimmen können. Ach so. Ja, hier sind die alten Ziehors. Die können aber nicht besser schwimmen wie andere Pferde. Wo? 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 Warum? Ich habe einmal geguckt, aber nee, geht nicht. Warum? Ist dasselbe. Ich frag mich mal echt warum. Jetzt hier. Hierher kommt. Hierher kommt. Und hier dann. Schritt. Eben. Ein ganz normaler Schritt. Guck mal die Flosse an. Trab. Was? Trab. Das sieht schon witzig aus. Ja. Sieht aus, als hätte die Gamaschen um, finde ich. Schneller Galauf. Oh, ganz schneller Galauf. Der Sprung ist auch normal. Jetzt gleich machen wir zusammen die Spezialanimation. Auf drei hier. Warte erstmal, ähm. Es ist auch ein ganz normales Steigen. Auf drei. Den eins, zwei, drei. Okay. Okay. Okay, ja. Kann man damit vielleicht tiefer ins Wasser? Nee, da geht ja wieder einen Schritt. Sicher sein könnte, dass man da mehr tiefer ins Wasser kommt. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einmal nach einem Outfit. Ich weiß, dass ich was Rotes überhaupt nicht hab. Nix. Es muss ja auch so ein bisschen dunkelrot sein. Das ist mir schon zu viel. Das muss so eine kleine Satteldecke sein. Weißt du? Sorry. Weiß ich auch nicht. Die würde, glaub ich, passen. Ähm. Bei Rot fast so Mitte. Mitte. Ein bisschen weiter unten als Mitte. Das mit dem Beige mag ich nicht so gerne. Das mit dem Blau. Blau. Da war auch eine, wo noch Blau dazu war. Wie? Nein. Weiter, ein weiter unten, jetzt eine weiter unten. Ganz, ganz links. Ich habe eine schöne, aber die ist auch sau teuer. Ich würde sagen, ich mach keinen extra Outfit, weil ich hab eigentlich Sachen. Also ich bin auch gerade irgendwie nicht überzeugt von denen. Ich guck mal nach dem Zaumzeug. Vielleicht finde ich da ja irgendwas. Oh, das, das finde ich gut. Guck mal, so ein Seilhalfter. Oder? Boah. Kleine. Gutes Seilhalfter. Das finde ich großartig. Und ich glaub, viel mehr braucht der gar nicht. Oh, das ist ja so. Das ist schon eine Erscheinung genug irgendwie, oder? Hier gibt's auch Sachen, die wir noch gar nicht freigeschaltet haben. Zum Beispiel wie sowas. Die finde ich auch gut dazu. Guck mal. Ja. Wie sieht der denn aus? Oh. 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 Das Fällt mir jetzt auch eine Seildecke. Gamoschen kann der ja bestimmt nicht tragen, oder? Das würde ja echt Yes. Was ist denn, mein Schatz? Nichts. Weiß würde ich machen. Weiß. Da fehlt noch was Weißes. Ja, irgendwie dachte ich auch gerade schon weiß. So, die ganz Weiße eine weiter... Und weiter, weiter, ja. Das ist mir irgendwie zu viel. Geh mal jetzt noch mal ein bisschen runter, vielleicht sind da Blatt, die du anhast, vielleicht ein weiter rechts, die du anhast. Die sind zu braun. So ein bisschen so ein Braubraun oder was. Ich mach gar kein Zeit drauf. Vielleicht wie Weiße noch mal mit am schönsten. Weiße Dressortdecke und die kann ich da nicht drauf machen. Vielleicht, weil das kein Dressort fett ist. Beim Isländer kann man es auch nicht drauf machen. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ich bin doch noch am gucken. Dann zieht doch einfach keiner an. Ich bleib erstmal so. Ja, das war es heute schon mit dem Video. Genau. Und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Wir wollen nachher mal gerne ein Roblox-Video machen. Aber das schaffen wir heute nicht mehr. Und morgen, da haben wir noch so viel zu tun. Und es ist so warm, dass wir gleich definitiv lieber in den Pool gehen und schwimmen gehen. Morgen, übermorgen. Als hier vorm PC zu machen. Hätten wir jetzt, würden wir das jetzt Tablet oder iPhone spielen. Dann wäre es nicht so schlimm. Dann könnten wir vielleicht sogar was machen. Aber jetzt, weil wir auch am Computer spielen. Wir haben ja kein Apple-Gerät. Deswegen. Sonst hätte es ja vielleicht, wenn wir ja mal zwischendurch vielleicht mal ein Roblox-Video machen können. Genau. So, dann wünschen wir euch eine ganz tolle Woche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye.